moin moin eine neue folge let's talk genau wir sind in unserem kleinen wohnzimmer in der großen stadt hamburg angekommen endlich mal wieder live klar mit abstand immer noch corona modus aber keinen geringeren als die zwick betreiber uli schuldigung falsch susi und uli sein schon so viel zeit muss muss sein na susi oder erst die frau dann immer viel wert er war lange in der tanzschule er weiß genau das erstes mädel kommt und dann der hund die dann die frau genau oder das ist eine andere historie das reden wir ganz darüber ihr seid noch auch im corona modus ganz traurig es ist die lichter sind nur für uns heute mal angegangen weil wir uns einfach auf der mitte getroffen haben so ein bisschen wir müssen natürlich auch hier immer mal nach dem rechten schauen weil erst mal haben wir sehnsucht der laden fehlt uns und der andere laden natürlich auch und man muss ja immer mal schauen ob nicht irgendwas ankokelt oder sowas ja ja vor allen dingen sind die leitung alle noch nach dem frost geschichten alle noch heile bisschen staub wischen ein bisschen liebäugeln mit der guten alten zeit die ja ja doch hier immer wieder verbringt ihr macht ganz viel live musik hier auch mit der eigenen band wie fehlt euch das zu performen na das kannst du dir zu haben also nieder weißt wo du sitzt du sitzt auf der bühne hier im zwick hier findet immer live musik statt jeden freitag jeden samstag bis in die tiefen nächte und open end wirklich und das ist natürlich was wirklich fehlt nicht nur uns als musiker sondern auch unseren lieben gästen und ich glaube das fehlt ganz deutschland und wenn man sagen darf weltweit du weißt das darf man gar nicht und das ist schon schwierig weil kultur fehlt deswegen ja haben wir auch viel schon gemacht jetzt wir sind nicht traurig im bett geblieben obwohl das stimmt nicht ganz erst waren wir lange im bettchen und haben auch mal entspannen können entschleunigt habe das genossen aber dann gehen die grauen den gehirnzellen an genau vermisst ja doch dieses also ich muss zugeben ich habe gar nichts genossen du hast das nicht genossen nicht so aller urlaub oder so ein bisschen das ist das fehlt mir wirklich sehr hier alles die ich brauche action und deswegen haben wir auch viele verschiedene projekte weitergemacht sachen die man auch darf letztendlich wie zum beispiel den mutmach song den susi gesungen hat den mutmach hasen was ist da was steckt dahinter da sind wir jetzt mal gerade dran was ist der mutmach song erklär mal was ist die idee dahinter gewesen die idee kommt ja von maike bollo maike bollo die rote rosenstar lady und auch tatort und überall spielt und auch mit jochen busse und hugo ihren baller viel theater spielt und sie hofft das muss ich sagen dass sie ab mitte april wieder spielen dürfen so und sie hat natürlich auch ging es natürlich auch nicht gut wobei diesen hasen gibt es schon länger sie hat eine tolle bücher geschrieben die auch wirklich super kinderbücher genau der hause ist der die hauptfigur so ein kleiner supermann der menschen hilft mut er bringt glück er bringt mut hat eine tasche auf dem bauch ja und das war ursprünglich mal für ein krebskrankes kind gedanken auf einen zettel seine sorgen schreiben wenn sie zur therapie gegangen ist oder bestrahlung rein in das täschchen von dem hasen und wenn es zurück kam waren die sorgen weg oder ein bisschen gelindert zumindest hat geholfen teilweise ja hilfe genau und dazu habt ihr den song geschrieben oder habt ihr das in der dreier kombo also sie hatte ist sie hat und ich hatte den song schon lange und hat niemand gefunden wo es passt von der chemie her ja und ich habe es produziert so sie hat gesungen hat die stimme gegeben und unsere musiker haben das auch mit mir zusammen eingespielt und so ist dann doch wieder action entstand genau und ihr habt das auch da hat man ja gesehen in der zeitung auch promotet ja es ging also schon viral es ist schon eine schöne sache ja dahinter steckt es auch weiter zu tragen und weiter zu fördern aber das ist ja nicht genug ne das ist ja nun mal nicht ohne grund kizianer ne wir sind kizianer ne so das ist richtig wenn man sich das hier alles so anguckt das ist ja auch ganz speziell nur für die künstler gemacht ja da habt ihr euch mit dem magazin oxmoos klaus schulz zusammen und roxy ja und habt das hier ins leben gerufen da steckt ein verein dahinter was macht ihr was steckt da für ein verein hinter erklären dieser verein den haben wir gegründet also wir sind gründungs mitglieder susi ist auch zweite vorsitzende und viele von unseren kollegen sind in dem verein also die betreiber von der großen freiheit 36 vom dogs tim becker dem auch diese landgang brauerei gehört und der hat also glaube ich zehn lehnen auf dem kitz nah kalle schwensen ist dabei ja der ist ja auch sein eigenes etikett genau hier ganz links steht gerade es selbst er ist der einzige der selbst gezeichnet hat für uns hat das bernhard prinz sehr guter freund von uns aus münchen einer der besten karikaturisten die ich überhaupt kenne der hat das gemalt naja also hugo susi und mich und das ist eine schöne sache und jutta weinhold nicht weinhold ja und es gehen tatsächlich zwei euro pro six pack gehen an den verein also das kann man hier überall nur auf dem kiez kaufen oder finde ich das irgendwann auch im supermarkt es ist ja noch sehr frisch ja das muss ich ja auch noch ein bisschen rum sprechen oder also bei er es gibt kaufland edeka rewe da bekommst du ausgesuchte märkte ja auch in hamburg auch im norden aber nicht alle sondern wirklich sind welche die dadurch die damit machen örtlich bezogen aber ihr seid so rastlos eigentlich ein bisschen ja ein bisschen der wer bei ihr mussten nämlich unseren termin schon verschieben weil da ist da noch ein riesenprojekt in eurem rücken ihr macht den dritten laden auf das außerdem ach ja stimmt wo du es jetzt sagt ja 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 da kommt ja noch eine zwickerei heißt anders der heißt anders ich weiß und ist auch gar nicht in mit hat mit hamburg verbunden wo seid ihr wo hat es euch hingezogen das ist an der elbe amt neuhaus gehört zum landkreis lüneburg ist aber auf der ostseite der elbe also war früher in der ddr und das ist also eine ganz besondere gegend und wir lieben das da über alles weil es so viele tiere gibt die man auch bieber zum beispiel sind ja wo findet man noch ein bieber in der freien natur da in der gegend gibt es so einige aber eben auch sehr viele störche sind schon da sind schon da und das ist wunderschön das ist ein ort der hat 80 einwohner und liegt ja 80 könnten sogar 82 mittlerweile aber der liegt an der an dem meistbefahrenen radweg deutschlands fast auch einer der meistbefahren in europas elbe radweg von hamburg nach dresden und noch weiter in die tschechoslowakei man kann bis prag fahren doch so weit und natürlich auch bis kokshafen genau in die andere richtung und also das ist und wie heißt der ort ist ja nicht der ort heißt stiepelse und das lokal wird moin heißen moin ich bin dann auf dem deich geradelt mit den hunden und dann jeder moin moin ich sag ich hab den namen moin fertig war's wird das auch wieder so eine event gastronomie oder was ganz anders event gastronomie schon weil da ist auch ein laden da ist auch ein saal dabei ja in dem laden und den müssen wir dann noch ausbauen der ist im moment total vollgestellt aber da werden so 250 bis 300 menschen reingehen das dauert ja noch aber ich glaube was was interessant ist dass wir das fisch lastig auch machen dass du da wirklich frischen fisch bekommen sie habe schon mit sämtlichen fischern in der gegend kontakt und das glaube ich ist das interessante dass du wirklich frischen fisch ist den ich auch selber räuchern mit natürlich unseren köchen zusammen ja und habt ihr da schon ideen was also ganz fisch lastig oder gibt es auch den ein oder anderen bürger aber auch ich setze mich durch auch vegetarische sachen und zwar nicht nur so zwei kleine sachen sondern wirklich auch eine wirklich niedliche karte vegetarisch da freue ich mich auch also so ein richtiges ausflugs ziel es ist wunderschön einfach da es ist für mich hat das eine richtig magische ausstrahlung könntet ihr euch vorstellen zu sagen ja uns zieht es dann mehr in die grüne ecke oder bleibt der hamburg weiterhin auch hamburg unser trick doch ohne euch gibt es uns gar nicht geht gar nicht nein das ist das nein das ist unser also wenn wenn der liebe kameramann ein schwenk machen würde ja das macht ja bestimmt dann sieht man es schon hier muss man wieder kommen und nicht nur zu knapp nein nein das ist schon ganz wichtig hier das ist die basis ja und mittelweg eben auch auf jeden fall jetzt sind wir an miniatur platz eins um das mal das letzte jahr war ein jahr der jubiläen und kein einziges konnten wir feiern ja wir können ja alle nach feiern ja das machen wir auch das zwick pöseldorf das ist 70 jahre alt geworden im letzten jahr ist jetzt sehen das ist ja schon mal eine hausnummer ja genau meine urkapelle leinemann wäre 50 geworden oder bist du da eigentlich noch im hintergrund noch aktiv mit denen oder ja das sind natürlich meine besten freunde gut der erleben ja 23 von den kollegen nicht mehr aber ich habe ja immer noch so im hinterkopf das noch mal wieder zu beleben weil ich die art von musik so gern mag mal gucken vielleicht kriegen wir das hin mit einer etwas anderen besetzung auch mit ein paar jüngeren so leinemann enzanz oder sowas ja wer weiß ich meine der nachwuchs steht auch bestimmt in den startlöchern gerade sind sie alle ausgehungert das stimmt natürlich wir müssen euch auch glaube ich noch irgendwas einspielen damit ihr meinen eindruck bekommt wie die dame so abrockt ja schon mal eindrucken das muss man einfach mal sagen auch mit eurer band also sie ist die seele das ist ja klar also ich habe so ein paar youtube filme mir nach klar angeschaut und ich bin deep impressed tatsächlich was da so in so einer zarten frau alles drin steckt von wegen schärten du kannst auch also wir haben das neue lokal was ihr jetzt gerade erst angefangen hat das dauert noch ein bisschen ja denkt ihr im sommer kannst starten mit biergarten und co draußen seitdem wir wissen ja noch nicht mal wann man überhaupt da aber wenn genau wenn man dann kann es ab könnte ab mai starten ab mai schon so war die schon ja also das war ja auch schon ein lokal vorher ja ja das ist jetzt nicht aus der hüfte entstanden sondern wir übernehmen das ihr braucht ja euren eigenen flair da drin ja also das ist alles dann wieder in gang zu bringen und das so umzumodeln wie man sich dann auch wohl fühlt muss ich mir das so vorstellen wie hier oder ganz anders ganz anders ganz anders also ein bisschen maritim ja ok wegen dem wasserverbot wahrscheinlich ist ja direkt vor der tür da ist noch nicht mal eine straße dazwischen kommt direkt der deich von dem garten der radweg der deich dann noch mal 50 meter da sind überall kleine buchten mit stränden das ist traumhaft da also ich freue mich schon ich werde euch gerne gefallen klar auf suchen also meine schwester wohnt eh in der gegend ich bin da ab und zu dann kann man sich mal sehen da also ich habe ja eben schon davon gesprochen ich möchte hier euch gleich mal so einen kleinen eindruck geben auch von der susi und der band habt ein bisschen spaß mit den bildern und krass oder habe ich euch zu viel versprochen ist das eine rockröhre ihr wisst ja wo ihr sie findet hier schön in hamburg kommt mal schön her wenn ihr wieder die tore aufmachen ihr werdet begeistert sein was für eine tolle kneipe das hier ist der kneipe ist ja fast untertrieben ist ja keine kneipe das sind ja hier schon seele das ist ja unglaublich wie viele personen passen hier rein wenn ihr richtig live konzert macht 300 ja das ist eine menge holz also wie viele sitzplätze sind es knapp 200 wenn jetzt denn noch auf sitzplätzen die post abgeht oder das stimmt also hier darf vor allen dingen auch auf dem tresen getanzt werden muss es muss das ist wie alles erlaubt schon wir könnten stundenlang weitersprechen super interessante menschen aber ich glaube wir werden uns wiedersehen spätestens dann wenn ihr euren neuen laden eröffnet das kommen wir darüber und dann reden wir mal weiter aus dem nähkästchen ich glaube die beiden haben noch ganz viel zu erzählen und ihr bleibt alle schön gesund und weiter neugierig viel spaß im weiter folgenden programms tschüss